Entfernt Zustände und Zustände, die ich entferne, werden umgewandelt in Sägen. Das heißt, dass das Teil da durchs Droppen nochmal Schutz gibt. Das heißt, dass das Teil da durchs Droppen ist. Das heißt, dass das Teil da durchs Droppen ist. Das heißt, dass das Teil da durchs Droppen ist. Okay, da waren wir zu lange allein. Jetzt ist er natürlich ganz alleine. Wenn er sich jetzt nicht zurückzieht, macht er was falsch. Ja, macht das richtig. Oh Mann, ich bin zu dumm. Spiel gerade scheiße. Der spielt definitiv DPS. Hm. Hm. War wohl. Mit einem sehr starkes Bruder ist der einzige Drop-Tour. Stimmt. Eins. Ja. Gen passen dólar. Also, nur noch mal. Du musst das nehmen, wenn du das nicht mehr, hat das nicht mehr. Ja, die Drachen da oberen. Das war's für heute. Wahnsinn. 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 Ich muss mich gerade mal ein bisschen konzentrieren. Ich bin deswegen... Ich bin deswegen... Ich bin deswegen... Ich bin deswegen... Wow, aber das war ein schöner Kampf. Ich... Also noch ein Abo zu diesen Straßenkämpfen. Ähm... Was nicht passieren darf, ist, dass du stirbst. Aber wenn du... Zum Beispiel, wir wurden jetzt gerade von hier abgefarmt. Und dann ist es okay, den Kampf zu nehmen. Weil wenn ich durchlaufe, was ich ja früher mal gesagt habe, dann gehen wir auf den Punkt, aber bringt da nichts. Wenn die zwei sterben, dann gehen die zwei, die das gemacht haben, einfach zurück. Und ärgerlich für die anderen, dass die verloren haben. 42% Heilung. Also zumindest die Heilung bringe ich raus. Ich glaube auch, dass ich den spielen kann so.